Der Berliner Kardinal Joachim Meissner wird offenbar neuer Erzbischof von Köln. Ich strecke allen meine Hand entgegen, für die ich Verantwortung trage und bitte sie, die ausgestreckte Hand zu ergreifen, damit wir gemeinsam den Auftrag des Herrn erfüllen können. Denkt auch an den Karneval. Und wer Köln sagt, denkt an unseren Dom. Beides gehört zusammen, der Karneval und der Dom. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020